Mach mal Aaaaah Aaaaah Ja, ein bisschen weiter raus die Zunge Sag mal, geht ihr nicht sonst zum Kinderarzt? Ja, aber der ist so weit weg Und außerdem... Mir ist kalt, kann ich mich wieder anziehen? Ja, du kannst dich wieder anziehen Außerdem? Mein Vater hat mir erzählt, dass bei euch jemand krank ist Der Freund von Jamal Und was hat das mit Antonia zu tun? Also ist jemand krank Mein Vater hat gesagt, dass es ziemlich schlimm klingt Vielleicht Tuberkulose? Ich wusste gar nicht, dass dein Vater Medizin studiert hat Ich mach mir Sorgen Das musst du nicht Antonia hat einen ganz gewöhnlichen Infekt Die Nebenhüllen sind ein bisschen gereizt Ich schreib euch Nasentropfen auf, was zum Abklingen Fiebersenkendes Mittel für die Nacht Und in zwei, drei Tagen bist du wieder fit wie ein Turnschuh Okay Und was sind das für Leute? Effi, was soll das? Ich denk, du wolltest dich nicht mehr um Jamal kümmern Woher auf einmal dieses brennende Interesse? Rezepte bekommt der vorne Gute Besserung, Antonia